die hollöschen YouTube herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Challenges mit Paddy Hi Ja, wir haben heute eine ganz tolle, tolle Challenge am Start und die kann ich mal der Paddy erzählen Ja und zwar dürfen wir nur ein Item Ja, richtig, ähm, im Metal oder eine Hotbar benutzen Ähm, ja, ich bin gefällt Ich bin jetzt nicht so krass, der krasse Fast-Burger Ne, Spaß beiseite, aber Wir dürfen halt nur ein Item gleichzeitig, ähm, ähm Ein Item Ein Item gleichzeitig mit dem Metal oder Hotbar haben, genau Sorry, dass ich ein bisschen verfeilt bin, aber ist noch früher am Morgen Und ja, könnte ganz witzig werden, wenn du zum Beispiel nur Blöcke benutzen darfst Oder nur eine Picke oder nur einen Stick oder Ja, was auch immer Und da liegen Blöcke, komm mal, genau Ich hab grad einen Knockback-Stick dabei, sonst nichts Ja, da kommt ein Grüner, der sieht ziemlich oft Beef aus Oh, das war aber schon ziemlich gut gemacht Das Problem ist halt, wenn wir immer zu zweit waschen, weil der eine halt das Item dabei hat, was der andere nicht dabei hat, könnte unser Bett einfach ganz leicht weggehen, wenn ihr mal zu uns wascht Haben wir jetzt auch so gar nicht oft erlebt bis jetzt Ey komm, ich hab dich voll, voll, voll equipt ins Wasser geboxt Schaffst du's? Nein, er boxt mich runter Ja, schade, schade Nein, ich war bei Bett Aber hier sind Blöcke, glaube ich, das ist auch das Wichtigste, weil ich meine, mit Blöcke hat ich am Postag, wenn das hier ist, meistens das Bett nicht eingebaut Das Problem ist, wie ich sehe, sind hier die meisten schon komplett voll equipt, das könnte auch natürlich nicht so geil werden So, ich glaube, ich hab eine Pike brauchen wir hier, ja, nicht so, ne, bei oben bauen, Balkon immer das Bett ein Eben Nein Nein Ich hol mir erstmal nur noch Backstay Wir müssen auf Geld gehen, das ist zwei Party Holy crap, ja, IC Nein, oh mein Haftlabs 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 Das könnte richtig schwer werden, auf jeden Fall Oha, ich nehme den Schwert mit, ich glaube ich nehme den Schwert mit Kannst du auf jeden Fall auch nicht rasieren mit dem Schwert Wenn du welche Blöcke hast, es riecht gut für dich Oh 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 oh, go fifty, go patty Go 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 Was auf, er volle Küppen dahinter kassiert jetzt You ust Ah ich sollte nur in den kuppen kriegen, das war das was ich wollte Du bist nicht verreckt, das war wieder dieser hassliche Gommel Back weism Ja Ich lebe jetzt halt wieder, weil er mir drei Hits gegeben hat mit dem Schwert und ich keinen Schaden bekommen habe. Täglich sind tausende von Menschen verzweifelt von den Gommen Bugs. Ja, aber das regt mich jetzt halt schon wieder so ein bisschen auf, weil das halt schon ein bisschen unfair war. Ich mein, ist ein großes Netzwerk, hat seine Macken und Spacken und... Oh ja, weißt du aber... Naja, ich reg mich halt echt auch immer auf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, durch den Bug verrecke oder irgendwas durch den Bug schief geht oder weiß ich was meine, ne? Naja. Oh, er hat uns erkannt, aber ich hab jetzt sein Bett. Dreiforos, lol. Okay, der Rote geht auf Grün, der Rote geht volle Kuh auf Grün, das heißt, wenn ich jetzt Blöcke hätte, würde ich zu Rot gehen. Erstmal den Items, oh shit, der Jump, der Jump, ich glaub, der Rote bemerkt mich nicht. Okay, egal, ob ich immer schon das gelbe Bett ist, das müssen wir nur noch hoffen, dass der Kotti seinen OP-Move da durchzieht, der Kotti-Mode. Und das... Wenn der Kotti-Mode angeht, ratatata, nein Spaß. Puh, schiech. Das ist irgendwie nicht so passend. Ne, 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 ne. Ey, wieso hab ich Fude-Move? Ich muss jetzt erstmal mein Schwert droppen. Was auch, ich glaub, die Gelbe muss aber, die Gelbe-Base. Behind, behind. Oh. Da ist der eine Gelbe weg vom Fenster. Er lief, würde ich auch machen, wenn mein Kopett zerstört wird. Vom Boss. Und wie der andere krasiert. Ich fick ihn mit der Picke voller Kopf. Nein, nein, der ist safe, Freund. Nein. Du gesund, Larry, ey. Nein. Okay, ich geh jetzt nochmal mit der Picke drauf. Wie kann der Spasta so schnell hoch? Es hat nur noch ein Team-Bett. Das sieht gut aus für uns. Oh, oh mein Gott. Der Larry-Move, alter. Nicht, dass nicht gut ist, dass der Gelbe sich voller Kopf macht und nicht abfacken will. Deswegen muss ich jetzt auf den draufgehen und ihn töten. Aber da hättest du ein Speck, weil der Mage, der ist geliebt. Und der Speck, der Speck kommt nicht. Hab ihn. Easy. Ist geliebt mit der Picke. So muss das, Leute. Immer schön auf die Zweier-Partys gehen. Das ist das Badwurts-Motto. Ja. Jetzt bald so. Wenn wir in den Challenges-Aufnahmen immer verfickt, weil wir in der Zweier-Party sind. Ja, aber das findest wir meistens auch an dem Clan-Tech, ja. Ja, ja, klar. Aber... Das kann auch nicht so sein, ne? Und dann Instant im gleichen Team sind. Aber die hatten alles gleich Clan-Tech und haben ziemlich koordiniert gespielt, aber trotzdem... Oh! Pardon. Oh, Conti, Conti. Geht zum Bad, geht zum Bad. Ach ja, die haben ja noch eins. Jürgen, also das Bad nicht abwollen, weil das... Beeil dich, beeil dich, der kommt ja. Conti, 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 Conti! Call me, baby! Wie wild war das knapp. Jürgen, du stehst da oben und denkst dir so nichts Böses dabei. Denkst du, ja, das Bad ist eh schon weg. Und dann raffst du es nicht, dass das Scheiß-Bett noch da war. Wenn ich denk mir so, oh shit, nicer Kill, ne? Er hat mich so null... Er hat's nur so null gecheckt, ne? Und dann so... Du so, ja, geh zum Bad, geh zum Bad. Hä? Die haben noch eins? Ja, das... Das war für mich eine ganz gelungene Runde. Wir wurden halt diesmal... Diesmal kam halt keiner zu uns in die Base. Ja, wir hatten halt gerade schon einige Aufnahmeversuche, wo dann halt die ganze Zeit Leute entweder nur auf uns gingen, halt wegen Paddy's Tag. Oder halt einfach wussten, dass wir gut sind. Oder du auch für dich vergessen hast zu nicken. Ja. Das lassen wir mal raus. Oder wegen dem Paluten-Skin, dann dachten die wir mal paluten. Okay, das vielleicht nicht, aber... Komm, komm und den weg. Gib ihm. Zeig ihm, was der Cotty-Mode ist. Wenn der Cotty-Mode angeht. Du hast ihn aus dem Bug rausgeholt. Was machst du für Sachen? Oh, ja. Ich krieg wieder kaum Schaden. Ja, die ist GT. Oh, die haben ich geohnt, Alter. Die, die. Oh, man. Ja, würde ich auch schreiben, wenn ich so zerstört werden würde. Okay, ja, Leute, das war's mit dieser kleinen Challenge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt uns eure Ideen natürlich gerne in den Kommentare. Schaut beim Paddy vorbei. Oh, und ja, hast du noch was zu sagen? Ja, beim B. Chill mit dir. Ja, das war's mit dir.